Messer, Schuhe. Ich hab ne Waffe. Beil. Was ist das? Was ist das? Eine Eishacke. Ein Eispickel? Ja, genau. Und ich muss, ähm, mal was reisen. Hab ich gerade gemacht. Kann ich, während ich esse, dass sie rüberpacken? Boah, nice. Das ist schön. Trink noch was. Hm. Ne, trink erstmal hier den Asputin-Quass. Okay. Dann soll noch ein Auto da stehen, die Straße ein bisschen weiter runter. Ja. Ich geh schon mal ein Häuschen weiter. Ja, mach du. Ich trink hier immer noch ein bisschen. Ach, was soll ich denn sagen? Empfange. Oh, Fleischer Beil. Warum bin ich hier jetzt schon wieder damp? Ne, drenched war ich eben. Drenched ist das schlimmste. Drenched ist ganz nass, glaube ich. Ja, dann kommt wet und dann kommt damp. Soaked hast du noch vergessen. Soaked. Okay. Das kommt, glaube ich, nach wet. Oh, hier ist ein noch größerer Rucksack. Wie noch größer. Also. Ja, den, den ich jetzt hab, das ist ein Red Dry Bag. Ja. Der hat 28 Plätze. Ja. Und dann gibt's diese Mountain Backpacks, die wir auch schon öfter hatten. Die haben 35. Ah, stimmt. Die sind so ein bisschen hochgebaut, ne? Ja, genau. Alter, wie, wie durstig bist du denn? Hast du die jetzt? Dankeschön. Ah, dann nehmen wir wieder deine schöne Panister in die Hand. Wenn du die Straße runter gehst, ist auf der rechten Seite ein grünes Haus. Da bin ich drin. Okay. Wenn ich die Straße runter geh. Die Hauptstraße, ne? Mhm. Komm auch gern nochmal raus. Richtung Kirche. Ah. Oh, okay. Ah, stimmt. Da vorne läuft sie. Könnt ihr nochmal nach dem Auto gucken? Ja, hier soll irgendwo noch eins stehen. Das wird sich aber ziemlich duster hier. Naja. Also nicht so duster wie auf dem ersten Server. Ja, das stimmt. Nein, hier steht kein Auto. Beim besten Willen. Also hier stehen welche aber. Kaputte. Halle absolut nicht zu geworfen. Jetzt ist die Karte wieder abgeschmiert. Da unten läufst du. Ich kann dir mal entgegen. Was ist denn die Kirche? Da ist die Kirche. Hinter der Kirche direkt soll, glaube ich, noch eins sein. Wird mir jetzt hier nicht angezeigt. Du hast dich ja auch nicht drauf. Deine App schmiert immer wieder ab. Die haben die voll verschlimmbessert, ey. Ich bin mir hier gerade im Backofen, wollte ich gerade sagen, in den Garagen. Ja, habe ich gesehen. Ein Yellow Dry Bag ist hier. Dass du da reingelaufen bist. Hallöchen. Ich wollte gerade sagen, bist du da in der anderen gewesen? Da ist was zu phrasen, oder? Ich glaube, das ist irgendein Tier, was ich immer höre. Mit diesem Wir könnten jetzt noch weiter nach Süden und dann rechts abbiegen. Ja, da wäre ich jetzt auch lang. Richtung Wald. Oh, jetzt wird's, ja gut, es wird dunkel. Jetzt sieht man schön meinen orangenen Rucksack. Schließt mir in den Rücken. Ich lauf hinter dir, dann sieht man deinen Rucksack nicht. Nee, lauf du mal nach vor. Es kann mal sein, dass hier nirgendwo so Karren rumstehen. Da höre ich einen Teller. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Das heißt essen. Ja, wir nehmen ja schon drei Stunden auf. Ja, man kann sagen, es ist schon wieder Viertel nach neun. Ja, ja. Am Abend, damit die Leute ja auch hier, ne? Ja, wir arbeiten. Wir gehen arbeiten, wir verdienen Geld. Ja. Der ein oder andere wird jetzt sagen, ob ihr das verdient, das weiß ich nicht, aber ihr erarbeitet euch Geld. Da fällt mir ein, die Miete wird wieder fällig. Ach, danke. Willst du mal gucken, ob du auffüllen kannst? Nö, doch. Da ist die Tür zu. Das ist ganz was Neues. Use the Stand. Ja, mach mal. Oh, ich dachte, der wird schon wieder trinken, ey. Hab wo trinken, hier steht ne Pipsi. Ja. Hier, stand ne Pipsi. Da ist jetzt 100 drin? Ja. 44. Wo ist er hin? Ach, da ist er. Willst du vielleicht noch die anderen probieren? Vielleicht ging die ja nicht. Erfüllte Gasolin-Canister with Gasolin. Was ist das jetzt? Das ist immer noch 44%. Vielleicht geht er ja auch nicht mehr rein. Oh. Ich hab eine super tolle Freundin. Hat sie es dir an den Tisch gebracht? Ich krieg's grad gebracht. Oh, geil. Oh, das sieht super aus. Und es riecht super. Dankeschön. Bring mal was vorbei. Ja, du bist ein bisschen weit weg. Und auch noch gesagt, vor sich heiß. Ja. Voll auf der Audio-Dings drauf. Sehr lieb. Kann man hier rausschneiden, ne? Könnte man. Könnte man. Mach ich aber nicht. Ist viel zu viel Arbeit. Ja, bitte raussuchen, ne? Ja. Nö? Nö? Die Tanke war auf der linken Seite. Da, 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 da. Schieß, schieß, schieß. Das ist sehr ungünstig, dass wir hier... Fuck. Die Entdeckung? Ja. Ich seh die nicht. Die sind in einem Gebüsch. Unten. Jetzt kommen sie von unten, dann von der Straße. Spannend. Spannend. Sieh sie nicht. Ich wurde getroffen. Was soll ich denn machen, wenn ich denn hier bin? Hast du eine Pistole? Ich blute. Ja, ohne. Ah, jetzt kommt der hier rüber. Ich hab doch nichts. Blute immer noch. Ah, ich bin bloßlos. Fuck. Kann ich... Hm, ich bin tot. Soll ich zu dir irgendwie? Ach komm, ich renne jetzt einfach zu dir. Wo ist deine Fuck-Waffe? Fuck. Lauf, 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 lauf. Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann nicht. Fuck, meine Arme ist, oh, fuck. Oh. Oh. War's das? Ja, ich bin bewusstlos erst mal. Boah, meine Pumpe, ey. Jetzt haben die eine Batterie. Ich hoffe, die ist kaputt. Mhm. Ich auch. Die haben eine Batterie. Die haben einen Reifenkit. Die haben einen Kanister. Mhm. Die haben quasi alles. Ich bin immer noch bewusstlos. Ich bin noch nicht tot. Ich bin tot. Da würde ich ja fast sagen, bietet sich das ja als schöner Endpunkt an. Ja, schon irgendwie, ne. Oh Gott, ey. Jetzt laufen wir drei Stunden rum auf der Suche nach dem Auto. Und werden erschossen mit den geilsten Sachen, ne. Ah. Nice. Ja, war schön. Also die letzten 20 Minuten war schön. Ja. Ei, ei, ei. Na dann, beruhige dich jetzt erst mal wieder. Ja. Komm ich jetzt noch wieder runter. Ja, dann würde ich sagen, stoppen wir das Ganze mal. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Vor allem das Ende. Das Ende war toll. Ja, schon irgendwie, ne. So, gut. Bis zum nächsten Mal. Genau, sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss. Au. Au.